Ja, ich habe mir diese Rahint Radlerhose gekauft und ich bin sehr zufrieden damit. Hier an der Front als Besonderheit hat sie keinen elastischen Saum. Das ist ganz gut, damit der Bauch nicht gestaucht wird. Stattdessen sind die Seiten elastisch. Das ist also sehr gut durchdacht von den Entwicklern, wie ich finde. Als weitere Besonderheit hat sie eben zwei Meschtaschen für die Atmungsfähigkeit rechts und links und auf der rechten Seite noch mit Zippertasche. Die Säume vom Bein haben beide diesen Anti-Slip-Belag. Das ist ganz gut, weil wenn man hart Rad fährt, rutscht die Hose nicht ständig hoch. Das ist eine sehr gute Adhäsionsfähigkeit, die hier vom Entwickler verbaut wurde. Und natürlich als vierten Punkt zu erwähnen die besonders gut dämpfende und ergonomische Einlage im Schritt. Alles in allem ein sehr gutes Produkt und eine sehr gute Radlerhose.